Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gabriele Schirina Schmidt. Ich bin Heilmedium und schon ganz lange auf dem Weg. Und mit tiefer Liebe, verbunden mit der Liebeslichtquelle, möchte ich unterstützen, dass viel mehr Licht in die Welt hinausgeht. Und ich bedanke mich so sehr bei dir, liebe Monika Nirjana und beim ganzen Smarana-Team für diese göttlich lichtvolle Möglichkeit. Viel Segen für jeden Einzelnen von euch. Und so möchte ich jetzt für den Dezember, welcher jetzt begonnen hat, eine lichtvolle, energetische Meditation machen mit euch. Ebenso. Ein paar Worte dazu sagen. Am 2.12. wird die Venus wieder am Himmel sichtbar. Und diejenigen unter euch, die mit Astrologie bewandt sind, weil ich Wissen um das Ganze, ich bin selbst nicht so bewandt, aber die venusianische Energie, damit bin ich sehr verbunden. Und hier verbunden mit dem planetarischen Bewusstsein der Venus, möchte ich genau diese Energie für jeden einzelnen Tag lichtvoll kanalisieren für jeden von euch und alles Leben auf der Erde und Mutter Erde, so wie es jede Seele bereit ist, anzunehmen. In jeden einzelnen Tag und in jede einzelne Stunde vom Monat Dezember fließt das Licht aus dem planetaren venusianischen Bewusstsein. Welche Liebeslicht, Energien in geballter Form eine hohe Liebesfrequenz und eine Lichtgoldfrequenz beinhaltet, welche dich tief in der Seele berührt. Jeden einzelnen Tag, jede einzelne Stunde von diesem Monat, welcher kalendarisch der letzte sein wird in diesem Jahr. Und vielleicht fühlst du dich auch voller Freude. Du hast vielleicht ein alter Zyklus abgeschlossen, der Schwere, des Mangels, der Traurigkeit. Und du bist dir immer mehr bewusst, dass du göttliches Licht im menschlichen Kleid bist. du bist dir immer mehr bewusst, dass du die Liebe bist. Und das Licht der Venus verbindet sich tiefer mit dir. ein Liebeslichtstrom durchflutet dich. Deine Gedanken richten sich noch mehr auf Freude, auf Leichtigkeit und auf Licht aus. Durchflutet deinen Emotionalkörper und dich als hier inkarnierte Seele im Bewusstsein, dass du die Liebe bist und die Liebe, die sich in dir immer mehr ausdehnt. und sich durch dich immer mehr auf Erden ausdehnt. Und auch in einen physischen Körper, welcher sehr schwer zu tragen hat durch die vielen energetischen Downloads, die gebracht werden zu uns und Mutter Erde und auch deine DNA berühren und alles möchte sich neu formieren. Dein Unterbewusstsein um dort Venusianische Liebeslichtfrequenz hineinzubringen bis in deine irdischen Wurzeln einfließend unter deinen Füßen ein Boden der Liebe zu erschaffen. und dich voller Liebe zu umfangen und durch dich immer mehr auf Erden Raum zu nehmen. Denn die Liebe heilt alles. Alles hat sich aus der Liebe abgespalten und die Liebe heilt es auch wieder. und so fühle dich erfüllt, geliebt und lichtvoll umarmt. Alles, alles Liebe dein und die Liebe schweinend. Das war's.